Oh, das ist Mats'es Ende. Na ja, aber was erklärt dat? Nummer 1, fällt. Schade, oh. Knapp, knapp. Nice. Da hat er bestimmt nicht mehr viel. Naja, doch, hat er nicht mal die Hälfte. Na, hier. Oh ne, durchs Labyrinth will ich nicht. Nicht? Ne, ich auch nicht. Bieg mal jetzt hier ab. Da gehts nur ins Labyrinth. Ah ne, gar nicht. Ne, ne. Da gehts zum Loot. Ist das Kohlkopf? Nein. Vorsicht, Flieger. Die andere will auch gleich noch stressieren. Bin mir nicht sicher, ob... Ja, wo hab ich da Steps gehört? Äh, mein Loot. Äh, was ist das? Pass auf! Zauberer! Äh! Ach, Mimik. Die ist tot. Ich mach's auf und sie geht auf John los. Alter, wie geil. Ja, das macht man ja gestern auch. Ich hoffe, die gehen auf dich. Das musst du schon ansagen, wenn du ne Kiste aufmachst. Ja. Ich mach mal ne Kiste auf. Boah, Alter, hat er mir ein Headshot gedrückt. Rotes Skelette sind nicht so cool. Ne, und die sind schnell. Ich geh einmal schießen. Ich hab's in die Knie gegangen. Ja. Der wohlt mich one-hitten. Ich kann dir noch einen Heiltrank geben. Ja, ich hab noch. Hab noch. Alles gut. Dafür waren sie aber eigentlich nicht gedacht. Naja, es sieht doch schon wieder gut aus. Wie das blühende Leben. Ich hab hier dran rumstochert. Ich hab hier ne Kristallkugel. Ich weiß nicht, ob du die haben willst. Ja. Schreib mal. Hier drüben fahrt er da, ne? Wollen wir ihn umbringen? Oh, ne Dreier-Truppe. Sind im großen, in der großen Dings drinne. Zieht euch nicht die Skelette auf den Hals. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ja, ich, oder? Ich, oder? Äh, äh. Ach, du bist der anderen Seite, okay. Wo sind sie? Sie sind unten. Ich seh's doch. Vorsicht, John, nicht, dass wir das bei dir... Die kommen, die kommen. Ja, ja, die kommen, sie kommen. Ich bin runtergesprungen. Ich komm jetzt nochmal hoch. Ich bin tot. Ich bin tot. Da kommt hinten noch ein Ding ins. Ähm, Rogue. Oh. Oh, wow, wow. Vorsicht, Nasse. Lol. Ich bin tot. Ach, der hätte mich mit Feuer, oder was? Was? Ja, ist ja unten. Ach so. Hinterlauft dich. Hinterlauft dich. Boah, was? Nein. Hey, ich hab doch Q gedrückt. Er hat nicht geschrien, wie am Spieß. Mami. Haha. Oh, der Roper. Da war mehrere. Das waren nicht nur drei. Oh. War mehr. Oh. 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 Also, ich hoffe, dass da ja auch da ein Standard ist. Okay. Okay, so. Nein. Nein. Haha. Haha. Ja, genau. Ich bin auch tot. Nein. Die viele Viecher sind echt nichts. Er kommt noch einer Masse. Oh, Mann. Ob man schon hier auch gleich noch retten kann? Nee, den kannst du auch einmal benutzen. Ach so. Was für ein Scheiß. Aber wir können die Seele mitnehmen. Vielleicht finden wir sie ja. Ja, auf jeden Fall einpacken, definitiv. Ja, ich schmeiß dir mal dein Zeug hier hin. Neulich, ein grüner. Boah. So. 20. Moog Speed minus 10. Oh. Hier ist einer. Ja, ich komm, komm. Haben wir zu wissen? Ja, lass ihn kommen. Ah, nee. Wir müssen eh gleich hin. Die Zone Komponenten. Was war das für einer? Papa. Er kommt. Oh. Er kommt. Ah, er geht zurück. Geh zurück. Geh zurück. Ich bin schon wieder hängen geblieben, Alter. Na ja, ich hab's gesehen. Ist denn das die Möglichkeit? Gigachat. Wir müssen auch gleich weiter in die Zone kommen. Ja. Höhere Spinnen auf der anderen Seite. Das ist etwa ein rotes. Nö. Was hab ich? Uh. Oh, da hat der Meister dahinten. Ach, ein rotes hast du gesagt. Nachtacht. Ja, ja, ja. So. Warte, ich hab da noch ein Dolch für dich. Oh, die Zone kommt, Alter. Du stehst schon mitten drin. Ja, ich wurde noch gierig, gierig in die Kiste geguckt. Aber warte, wir haben das mal. Wir haben noch Zeit. Hier so. Warte, hier Dolche für dich. Zwei Stück. Das kann weg. 21, 17, aber... Oh, minus 8. Ja, das ist gut. Ja, der ist schön. Der ist schön. Oh. Gegenüber ein Magier. Ich... Äh... Ja, was soll's. Ach so, der ist schon hinüber. No. Ich schrei mir extra die Seele aus dem Leib. Hat mich zwar gehittet, aber... Ähm... Oh, was ist das? Fighter, Ranger. Hast du schon durchsucht, dein Opfer? Nö, 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 nö. Da hat meistens gutes Zeug drin. Gold. Ja, ich hab schon mal die nächste Tür aufgemacht. Mhm. Ach, ne Blase. Die Rolle willst du nicht? Dann pack ich die aus. Nö. Bin ich so der Rollenspieler? Oh, alter Schädel, der Magier hat gleich zwei getötet. Uiuiui. Zapp. Also was ist ein Zapp? Gute Frage. Zapp ist ein Zauberspruch von denen. Das ist so ein kleiner Stromschlag. Aha. Nächste Runde spiel ich auch den Rogue. Keine Lust mehr in Magier zu spielen. Dann spiel ich mal Magier. Oh, du willst zu Ritter Ross? Naja. Oh, da ist einer drin. Hast du ihn gesehen? Da hinten. Nö, nö, nö. Da läuft er. Ritter Ross scheint. Oh, die haben Ritter Ross getötet. Mhm. Ganz hinten. Ja, er ist grad weggelaufen. Hätte ich jetzt mal nen Picklock Skill drinne. Ein Babar, der ist alleine. Ey, hier sind brutal aufgegangen. Mhm, hinten von da wo wir gekommen sind. Zwei müssen hier auch noch sein. Stimmt, das ist doch recht. Hm. Tja, aber wo... Hm, hm. Oh, hier ist ein rotes. Oh, hier ist ein rotes. hier sind zwei mazl komm 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 ja dann hinaus der matze musste den ersten angriff antäuschen muss ein zwei hitten und dann trägt er nach hinten retten dann stehen wir am besten schon um die nächste ecke und wenn er hinterher kommt dann kriegen die wird versucht anzutäuschen kriegt eine aufs maul das wird wahrscheinlich so ablauf ja und alle vier sind einer gegenüber sind welche gegenüber sind welche komm leck mich doch am arsch aber jetzt habe ich dir auch eigentlich gar nicht erst versuchen in den kampf zu kommen ist ja schon auf uns ja ne ja das ist doch ganz hinten bin ich nie gelangen was ist das für ein sinnloser raum aber der eine ist halb auch tot das sind zwei bogenschützen und du hast einen umgebracht ja ich habe sein die barriere noch korrekt mache auf dies das brett junge aber der bogenschütze macht mich gleich tot jetzt ausweichen matze bin ich doch aber weißt du er schießt an mir vorbei und trifft mich trotzdem was kann gar nicht sein da wo ich war hat er nie hingeschossen das machen die mit absicht dass du dich ausweichen kannst